Jo Leute und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, mit dem Flash. Mit Centus. Ja. Ja. Sollte ich nicht so eine Faxen-Kamera machen. Doch ey, das wird so richtig lustig. Ich hab mal meine Aufnahmen reingeguckt von Kaiser. Oh, leck mich am Arsch. Nee, danke. Oh, ist das... Endlich so laut? Nee. Täusch ich mich? Klar, täuschst du dich. Hey, irgendwie hab ich den Bildschirm grad viel zu nah dran. Hm? Irgendwie ist der rechte Bildschirm grad viel zu nah dran, wenn man die ganze Zeit darauf guckt. Guckst du auch drauf. Oh, lecker. Weil ich da jetzt den Emulator dran hab. Oh, leck. Weil mir leckt das nicht. Ich hab wirklich Angst, bitte. Ah. Nein. Fuck. Wieder viel zu blöd. Fuck. Und tot. Ach, es nennt mal Blödheit in dem Spiel. Jackpot. Oh, jetzt kommt mein Hasslevel. Ich war zu blöd zum Springen grad. Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ich setz mich mal weiter zurück. Dann passt das mir doch nicht. Nein. Ach, nö. Das schaffst du doch eh wieder nicht. Also ich hab, ähm, tröste dich, die ich gespielt, bis dahin gespielt und ich hab es sage und schreibe einmal geschafft, da durchzukommen mit einem Versuch. Aha. Danach hab ich so viele Fails gehabt. Hast du Langeweile gehabt, wieder? Ja. Weil mir das noch zu sack ging. Und tot. Dass ich dieses Level nicht schaffe. Na, deine Puppe nicht? Siehst du mal deine Puppe nicht? Nee. Püppchen hat Batterie alle. Ha, ha, ha. Machst du das etwa bei Dragon Quest auch, oder was? Nee. Ich mach das aus Langeweile. Das ist immer voll geil, das Püppchen zu schlagen. Immer aus Langeweile, also. Ja. Ja, ja, ja. Ich mach's so. Ah. Fuck. Das war zu spät gedrückt. Vor allem hab ich in der Kamera bei Kaiser auch gesehen, dass sie nach Zeit immer mitgegangen bin. Wie ich gelaufen bin um alles, boah ey. Das geht aber nach der Zeit voll automatisch, finde ich. Du hast ernsthaft den Drehjob geschafft, dass... Nee. Nee. Machst du ruhig. Nee, du hast halb nicht beübt. Nee, hab ich nicht. Oder gibst du grad jemanden anders den Controller? Nö. Würde man sehen. Ja, ja, ja. Würde man sehen. Ja, ja, so heimlich unter dem Tisch klebt der jetzt, ne? Mhm. Ist klar. Du hast extra so einen zweiten Controller dafür geholt. Mhm. Mach mal Arsch. Komm. Geh da runter. Nee, will ich gar nicht. Fuck. Voll da rein. Voll da rein. Voll da rein. Voll da rein. Hast du die Slow? Aber für die nächsten Emulator Games werde ich erstmal meine Overlades anpassen für die Camp. Bisschen besser. So häng ich jetzt bei Dixie. Bei Vixie. Bei Vixie. Vixie. Fratzencam. Ja, ja, ja. Du musst ja auch mal ein Screenbild sagen, eine Softbox, und dann kannst du auch schon mit Cam aufnehmen. Dann sieht man wenigstens nicht im Hintergrund, was du alles hast und so. Traust dich aber nicht, ne? Hallo? Concentration? Oh, tot. Schade. Der konzentriert sich grad viel zu sehr. Das geht doch immer gar nicht. Üt, 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 üh. War ja wohl nix irgendwie, ne? Schneller, 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 schneller. Hopp, hopp, hopp. Ah, warum hat der nicht so viel gejumpt? Ja, und zu mir sagst du immer, ich bin zu blöd, oder wie? Wenn er bei mir nicht jumpen will. Naja, der Fall, ich hab einen normalen Jump gemacht. Ja, aber eben hast du voll Concentration gemacht, ne? Mhm. Es klappt nur bei diesem Level, ich hasse es. Und ich konnte dich nicht ablenken, kein Stück. Näh, diesmal. Oh, jetzt bin ich wieder dabei. Was war das denn für ne Scheiße? Bye. Also immer wenn das passiert, dann werden wir überall lang gehen. Hä? Ja, und du bist eigentlich unbesiegbar, dann. Muss ich auch mal machen. Ja. Das ist ein Level, das sind so Hardcore-Level. Sind die auch. Aber ich glaub, du hast das trotzdem schneller geschafft, als hier, ne? Ja. Da hab ich wirklich nicht lang gefackelt. Ich hasse halt solche Level, das ist das Problem. Das war zu weit hoch. Man muss sich konzentrieren, dann darfst du nicht labern bei den Leveln. Du hast schon gemerkt, wenn ich laber, dann klappt das meistens trotzdem. Ja, das ist aber so ne Schmackssache. Vor allem hab ich irgendwie grad keinen Bauch, mein Maul zu halten. Ich hab keine Ahnung, warum. Kann jeder im Maul halten. Hä? Warte, jetzt ist der Rotz hier. Rotz, der Fatze. Fuck, der Flash. Oink, oink. Oh, der sieht schon nix. Das war eben so ein bisschen geglitscht, ne? Wo du direkt, wenn du nicht in den Krokodil hängst. Tschüss. Ah, toll, deine Mutter. Tschüss. Ja, ja. Schon überlegt, einfach so ne, weißt du, wo ich in so stillen dieses Level spiele, ne? Mhm. Einfach mal die Szene im Singleplayer eine Fresse zu halten, aufzunehmen. Nee. Ist so ne Kacklevel. Mit Sicherheit nicht. Ich hab jetzt schon kein Back auf den Papagei-One. Das ist das, was du hier hast, noch harmlos. Ich hab mich geübt. Wo hast du meinen Ratschlag eigentlich an Herzen genommen? Centus Versuch zu konzentrieren, schafft er noch nicht, weil ich ihn zu viel ablenke. Nee, nee. Das ist, weil ich eben auf B raufgekommen bin noch. Auf B? Ja, zum Hochfliegen. So. Deswegen bin ich eben noch ein Stück zu weit hochgeflogen. Das hätten jetzt alle gesagt. Ich hätte gesagt, du bist einfach nur zu blöd gewesen. Hier, Flash. Du musst ab sieben Minuten gucken, dann in der Aufnahme bei mir. Dann weißt du, warum ich meinte, hier, Flash. Warum? Guck doch hin, dann wirst du es sehen. Hast du wieder noch Kack im Kopf gehabt? Ich hab dir die Mittelfinger gezeigt. Einfach so schön in die Cam gezeigt. Meinst du, ich nehm den Klitschstein in die Bananen rein? Hm? Das ist so ein unnötiger Jump hier. Tja. Tipptipptipp. Gleich hast du ein Leben dazu. Jetzt. Wow. Du warst ja fast ganz tot wieder. Manche Level sind voll unnötig, irgendwie, ne? Zum Beispiel diese, die so schwer sind. Um der Gedringel und das. Ja, meine ich ja. Und damit. Wow, jetzt hat er geschafft, unnötig Leben zu verlieren. Ja, ja. Und jetzt, das schaffst du nicht. Warum, das schaffst du nicht. Nein. Nein. Doch. Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich hab nichts gesagt. Wow, fuck. Wie lange die Batterien halten. Gut. Mann. Leck mich doch. Irgendwie. Gut. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ich will ein bisschen wissen, wie der Papagei das macht Da in die Dorn rein zu fliegen Zu weit zur Seite gesäubt Nein 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 Boah